So ähnlich hat es ausgesehen, als man 1931 ein Motorrad neu gekauft hat. In dieser Folge wollen wir euch zeigen, wie es sich ungefähr abgespielt hat und anhand von wahnsinnig viel Originalmaterial zeigen, wie schön es damals war, ein Motorrad neu zu kaufen. Wie ihr schon gesehen habt, BMW R2. Um dieses Fahrzeug geht es. Und der Kunde, der konnte damals anhand von einer Broschüre sich das Fahrzeug anschauen. Wir sind hier bei einem Händler namens Fritz Reiter in Göttingen, 1931. 1931 war die BMW R2 ein neues, aktuelles Modell von BMW. Und das schon mit dem Pressstahlrahmen, der die nächsten Jahre aktuell und die Linienform von BMW prägen sollte. Auch hier ist noch der originale Stempel. Also wir reden hier wirklich von einer R2 von 31. Das ist die Serie 1. Die hat noch offene Ventile. Und das Fahrzeug, das gibt es noch. Das war in einem schönen Originalzustand und wurde vor knapp 20 Jahren restauriert. Das Fahrzeug, das zeigen wir euch am Ende. Aber was viel wichtiger ist, wie es damals war, 1931 so ein Fahrzeug zu erwerben. Und das können wir anhand der kompletten Historie, so würde ich das bezeichnen, sehr, sehr gut nachvollziehen. Denn der Eigentümer hat alles aufgehoben. Und das ist ein Traum. Das habe ich so in dieser Hülle selber noch nicht erlebt. Und deshalb muss ich euch das einfach zeigen. Also wir nehmen euch mit auf eine kleine Zeitreise. Wir fangen an am 14. Juli 1931. Und wenn ich das sage, dann habe ich schon Gänsehaut. Und zwar wurde da der Auftrag ausgelöst am 14. Juli 1931. Auch eben bei dem sogenannten Händler für Automobile und Motorräder, Fritz Reiter in Göttingen. Und da war vermerkt, dass der Neueigentümer sich für eine BMW R2 entschieden hat. Und die sieht man hier auf dieser Preisliste der BMW Motorräder. BMW R2 200 Kubik für 975 Reismark. Und das ganze Fahrzeug weist hier eine gute Ausstattung für 31 aus. Denn es wird von einem Kardan angetriebenen Fahrzeug gesprochen. Mit Dreiganggetriebe, Kardanwelle, Batteriezündung, Lichtanlage, 30 Watt, Fabrikat Bosch, eingebauter Tarometer, Boschhorn, Drehgasgriff, Ballonreifen mit reichlichem Werkzeug. Und das ist doch schon wahnsinnig schön. Was auch sehr interessant ist, auch an diesem Bild zu erkennen. Und so wurde damals die BMW auch ausgeliefert ohne Rücklicht. Denn wir haben hier nur einen Rückstrahler. Es ist auch hier vermerkt, das ist die sogenannte Aufpreisliste. Die gab es damals schon. Die bezieht sich aber auch auf die größeren Modelle. Und die Fahrzeuge, die hier stehen, sind die Oberkracher. Also heutzutage die gesuchtesten BMW-Modelle. Und da sprechen wir von R52, R62, die Top-Modelle R63 oder dann eben auch schon die neuen Modelle R11 und R16. Die haben wir hier auf diesen Schmierplan auch wunderbar abgebildet. Also wir haben ja selber die R62. Das ist das untere Modell. Sportvariante, die fehlt uns leider. Wir haben auch die R11 bei uns in der Sammlung. Sportvariante ist die R16. Und die R2. Hier wunderschön im Vergleich. Und was da sofort auffällt, hier haben wir einen Scheinwerfer verbaut, der bei allen anderen Fahrzeugen fehlt. Denn das war immer Aufpreis. Also kann man auch eben schön dieser Liste hier entnehmen. Was ich auch wahnsinnig wertvoll finde. Denn viele denken ja immer, das ist serienmäßig so gewesen. Und so finden sich auch meistens Vorkriegsrückleuchten an den Fahrzeugen, die gar nicht rangehören. Die aber meistens dann trotzdem original sind. Denn die wurden dann einfach nachgerüstet. Es war oftmals günstiger, dann ein Rücklicht nachzurüsten. Wir reden hier von Schlussbeleuchtung einschließlich Montage 10 Reismark. Und dann war es eben günstiger, nur 5 Reismark auszugeben. Also auch das darf man nicht vergessen. Zurück zum 14. Juli. Das Fahrzeug wurde bestellt. Und am 15. Juli wurden 300 Reismark angezahlt. Auch dafür gab es eine Quittung. Auch das ist noch erhalten. Und dann hat es ein paar Tage gedauert, bis das Fahrzeug ausgeliefert werden konnte. Das Ganze hat sich am 21. Juli zugetragen. 1931. Das ist die originale Rechnung zu dem Fahrzeug. Worauf auch nochmal das Fahrzeug vermerkt wurde. Der Verkaufspreis von 990 Reismark. 300 Euro, Entschuldigung, 300 Reismark, die angezahlt wurden, bleibt ein Restbetrag von 690 Reismark. Und das ist doch schon ein Traum. Und ihr braucht jetzt nicht denken, dass die Reise schon vorbei ist. Denn jetzt beginnt erst in meinen Augen der wahre Traum. Wir haben jetzt das Motorrad. Und das Motorrad, das wird auch hier schon angepriesen. Jedem neuen Motorrad wird unser illustriertes Motorrad-Handbuch unentgeltlich beigegeben. Das heißt, wir haben das originale BMW-Handbuch. Natürlich ist das auch da. Und das ist hier interessant, denn es ist für die Serie 1. Also wirklich das allererste Handbuch. BMW R2. Hier sehr schön eingeprägt. Natürlich, man sieht etwas das Alter da dran. Aber es bezieht sich wirklich auf die Serie 1. Denn auch hier kann man das sehr gut erkennen. Wir haben hier wieder das Modell mit den offenen Ventilen. Auch hier keine Rückleuchte verbaut, sondern nur einen Rückstrahler. Und so ähnlich, also fast genauso, finden wir das Fahrzeug immer noch vor. Also es gab 1931 und hier sehen wir das auch. Das ist hier noch mal gestempelt. Juni 31. Also auch wirklich, das passt Arsch auf Eimer, gab es so mit dazu. Wir haben das Handbuch. Wir haben die originale Broschüre, das Prospekt von dem Fahrzeug, wo alles dargestellt wurde. Auch sehr, sehr gut technisch beschrieben. Ja, das muss man wissen. Also das technische Verständnis hat damals deutlich gefehlt. Und deshalb waren auch diese Handbücher sehr ausführlich und sehr, sehr gut beschrieben. Neben dieser Broschüre, neben dem Handbuch, war das Fahrzeug noch viel besser ausgestattet. Und ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ich mir versuche, das vorzustellen. Denn wie es wirklich war, das kann ich euch auch nicht sagen. Aber wir können uns das eben vorstellen, dass das mit sehr viel Liebe gestaltet war. Denn wir haben hier noch eine Hülle an alten Prospekten und an Unterlagen, die zu dem Fahrzeug mit dazugehörten. Denn auch damals gab es so etwas wie Garantie. Und dafür gibt es Garantie für BMW Motorräder. Und darin ist auch sehr interessant vermerkt, für was überhaupt die Garantie in Anspruch genehmen werden kann. Die Garantie erstreckt sich auf die Dauer von sechs Monaten nach der Zulassung auf schwarze Nummern. Jedoch nur dem ersten Abnehmer gegenüber. Also das heißt derjenige, der auch das Fahrzeug gekauft hat, der es auch auf sich zugelassen hat. Sie wird nach Wahl des Werkes nur bei unverzüglicher Rüge in Reparatur oder Ersatz portofrei eingesandter Gegenstände bestehen, die in Folge nachweislicher Material oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind. Sonstiger Schadensersatz ist ausgeschlossen. Für Rennmodelle oder Sonderausführungen wird keine Gewehr geleistet. Für die vom Werk nicht selbst erzeugten Teile, wie Bereifung, Zündapparate, Lichtanlage, Messinstrumente, Ketten, Aufbauten und so weiter, beschränkt sich die Gewehr auf die Abtretung der etwaigen ihm gegen den Erzeuger wegen mangels zustehenden Ansprüche. Also da ist gar nicht allzu sehr viel zu lachen. Also so ein Garantieverhältnis, wie es heute gibt, ist es nicht mehr. Das war etwas anders. Und das Schöne auch hier ganz klar vermerkt, es ist wirklich das Fahrzeug, was damals neu verkauft wurde. Also wirklich noch mit der Fahrgestellnummer, es ist dieser Garantiebeleg für diese BMW R2. Und das ist schon der Wahnsinn. Und ihr habt damals die BMW neu gekauft und dann hing das an eurem Fahrzeug. Bewahren Sie sich und Ihre Maschine vor Schäden. Auszug aus den Behandlungsvorschriften. Also auch hier noch einmal Hinweise, die für das Fahrzeug wichtig waren. Vorne und hinten beschrieben, direkt bayerische Motorenwerke. Und das war halt auch wirklich dafür gedacht, es ist ja stärkeres Papier, dass man sich das hinhängen konnte. Also auch, dass der Nutzer, also es war wirklich mitgedacht, dass der damalige Nutzer das immer wieder sich anschauen konnte und schauen konnte, was brauche ich für Zündkerze, was brauche ich für Öle, was braucht mein Fahrzeug allgemein. Und da das nicht genug ist, wie wird die Maschine eingefahren? Also der Besitzer, und ihr müsst euch wirklich etwas so vorstellen, dass damals das technische Verständnis nicht so groß war. Und es wird hier wunderbar, beschrieben in einzelnen Schritten, wie der Eigentümer damit umgehen muss. Und auch erste Durchsicht nach 1000 Kilometern, zweite Durchsicht nach 2000 Kilometern. Also auch da ist wirklich sehr viel Liebe und auch sehr viel Nachsichtigkeit dem Nutzer gegenüber zu finden. Und mit am tollsten finde ich dieses Schreiben. Ich muss es euch erstmal kurz zeigen, bevor ich etwas daraus vorlese. Es ist wirklich schon dieser Einstieg, lieber BMW-Freundunterhalt, auch mit BMW im Briefkopf. Und es ist ein Schreiben direkt an den Nutzer gerichtet. Und auch das wirkt wie eine Art Verbundenheit. Also auch wirklich, dass man sich Mühe gegeben hat. Ich sage mal so, das Ganze, ich habe mich da jetzt schon mit einigen drüber enthalten, hat mich schon auch ein bisschen an uns erinnert. Denn es ist wirklich oldschool. Wir versuchen auch unserem Kunde ein Stück weit was mitzugeben und auch die Präsentation dementsprechend herzurichten. Aber das ist schon wirklich Königsklasse. Auch wenn es damals vielleicht ganz normal war. Aber für uns heute, also ich finde es, ich finde es richtig klasse. Ich lese euch mal was vor. Über ihre freundliche Mitteilung, dass wir sie zu unseren Kunden zählen dürfen, sind wir hoch erfreut. Und wir danken ihnen bestens für das Vertrauen, dass sie unserer Marke entgegenbringen. Wir wünschen ihnen recht viel Freude und Erholung mit ihrer BMW. Sei es im täglichen Gebrauch, im Beruf oder Sport und überreichen ihnen als kleines Andenken, Wimpel und Anstecknadel. Nun ist diese Wimpel und der Anstecknadel leider nicht mehr überliefert. Das kann sein, da die BMW schon ein paar Mal ihre Hände gewechselt hat, dass irgendwer sich das einbehalten hat. Das kann, das mag sein, das weiß man nicht. Aber sowas geht ja auch kaputt. Und trotzdem ist es ein Zeichen von Qualität, dass der Nutzer neben dem Handbuch, der Broschüre auch noch Wimpel und Anstecknadel bekommen hat. Ansonsten wird hier nochmal genau erklärt, für was das Handbuch dient und auch, dass man eben da viel Wissen daraus ziehen kann. Der Fahrer wird darauf hingewiesen, dass er sein Wissen dadurch auch verstärken kann. Der Garantieschein soll ihnen die Gewehr sein, dass wir uns stets bemühen, sie bestens zu bedienen. Ein dichtes Netz an erstklassiger BMW-Vertreter und Werkstätten mit in der Fabrik geschuldeten Kräften stehen ihnen auf ihren Reisen zur Verfügung. Und das gibt natürlich den Kunden einen sehr sicheren Eindruck und natürlich auch Auftritt, wenn er seine BMW fährt. Sie erhielten vom Vertreter eine Karte, auf der der BMW-Dienst ersichtlich ist. Wir bitten Sie von dieser Einrichtung unbedingt Gebrauch zu machen, umso mehr, als die vorgesehenen Durchsichten völlig kostenlos für Sie vorgenommen werden. Also auch das ist ein großer Service. Ferner haben wir uns erlaubt, Sie auf ein Jahr zum Gratis-Abonnent unserer Hauszeitschrift vorzumerken. Die BMW-Blätter gehen Ihnen jeweils nach Erscheinen automatisch zu. Mit den besten Wünschen begrüßen wir Sie hochachtungsvoll, bayerische Motorenwerke, Aktiengesellschaft. Wahnsinn. Das ist ein absoluter Traum. Ich bin völlig fasziniert, deshalb musste ich euch das zeigen. Neben dem Handbuch haben wir Bosch-Batteriezünder und auch die Bosch-Lichtanlage. Und dementsprechend finden wir hier auch noch einmal für diese Bosch-Anlage, und das kam mir ja dann von Bosch direkt, auch noch mal eine Anleitung. Das heißt eben, wie kann ich die Zündung gut pflegen, die aber gleichzeitig auch noch mal im Handbuch beschrieben ist, das muss man auch sagen. Und auch, wie gehe ich mit dem Scheinwerfer um. Und ich meine, es ist ein Scheinwerfer und wir haben hier 20 Seiten. 20 Seiten über Lichtmaschine, Scheinwerfer. Muss ich mal schauen, spaßenshalber, ob hier das Rücklicht mit drin ist. Batterie. Rücklicht ist hier Handlaterne. Schön, ist hier mit erwähnt. Also es geht hier wirklich Lichtmaschine, Batterie, Scheinwerfer, Handlaterne und Seitenlaterne. Falls überhaupt verbaut. Die letzten zwei. Und das in dieser Hülle und in dieser Fülle ist wirklich, ich würde fast sagen, einmalig. Es gibt seltene Fälle, dann gibt es das zum Fahrzeug dazu. Aber das wirklich in dieser Kombination mit dieser R2 ist durchweg ein Traum. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie wir. Denn ich weiß nicht, ob wir das Glück haben, euch das noch mal wirklich in dieser Dimension zu zeigen. Und ihr habt eine Vorstellung bekommen, wie es 1931 war, ein Motorrad zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und im Anschluss haltet ihr jetzt noch Einblicke in die BMW R2. Wie sie denn heute aussieht, nach 1931, nachdem das Fahrzeug neu gekauft wurde, im neuen Glanz erstrahlt. Und ich denke, man kann sich vorstellen, wie stolz der Besitzer damals war, damit zu fahren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.